Ja und herzlich willkommen zu deiner Folge FischCopTV, hier ist der FischCop, wir spielen weiter, Call of Duty Ghosts, die Kampagne und ich soll jetzt diesen Granatwerfer nehmen, das tue ich einfach auch mal. What? Wie, ich werfe jetzt die Granaten und später explodieren die oder was? Wie krass ist das denn? Markier die Trucks. Welche Trucks? Hallo? Oh yeah. Geil. Jetzt habe ich, ich habe es ein bisschen später verstanden. Das tut mir wahnsinnig. Wo ist das Foul? Ich mache alles richtig. Ich mache, dass alles gut ist. Meine Faust. Wie los? Was soll ich tun? Riley, kommst du mit rein? Geil. So, ich bin bereit. Nee, nicht streicheln. Das macht ihn weif. Ajax, unser Fenster schließt sich schnell. Wir greifen beim Schlafmaler und arbeiten uns dann vor. Wer hat es den Traum? Wo? Das sind aber nicht unsere Freunde, oder? Nicht im Baustaste. Bam. Wow. Wow. Okay. Ähm. Hallo? Oh. Im Weg. Wow. Upsi. Zack. Wow. Okay, das explodiert eh alles. Wieso schieße ich eigentlich? Wow. Wow. Ja, genau. Ja, genau. Da habe ich mir gerade zufällig durchgepasst. Riley macht seins. Und drauf. Alles klar. Ich habe alle erledigt. Alleine. Hershey. So. Das hätten wir auch schon mal. Hier haben wir noch ein paar Leute. Aber nicht mehr lange. So. Zack. Ich glaube, wir sind tatsächlich gutes Ghost-Material. Ich brauche mich da gar nicht mehr bewerben, glaube ich. Gerade, wo ich sage, ne? So. Hier, Riley. Geh mal rauf da. Da hinten. Das war kein Feind. Das ist noch ein Kumpel von mir. Was müssen wir? Ich muss gar nichts. Ist das ein Kumpel? Nein. So war es. Die Waffe klingt zu komisch, ne? Oh. 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 Das war kein Feind. Oh. Oh. Hey. Digga. Digga, komm raus. Zack. Oh. Okay. Leute, ich könnte auch ruhig mithelfen, ne? Hier die anderen. Wir sind hier eine Gruppe, ja? Das ist hier kein Solo-Vergnügen. Also es heißt zwar Solo-Kampagne, aber das heißt so lange nicht, dass ich hier alles alleine machen muss. Ja, ist er tot? Ist er tot? Haben wir den? Haben wir den? Also noch mal hier. Oh. 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 Oh, Granade, nein. Die wurde aber reichlich spät angezeigt. Oh. So, von wo müssen wir jetzt? Hier ist noch einer. Habe ich ganz genau gesehen. Hauptschuss. Oh. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Das nenne ich auch ein bisschen Munitionseffizienz. Oh. Kopfschüsse. Sehr gut. Ist das ein Kumpel? Mal sehe ich das nächste Sekunde. Da war noch einer. Ich höre eine Granate. Okay. Das haben wir jetzt auch. Das ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Ihr kennt das ja aus anderen COD-Titeln. Wo ist er? Auf dem Stick. Ja. Okay. Habe ich. Wo ist Ajax? Vor uns. Ah, guck mal hier. Zack. Messerchen. Ab in den Hals damit. Ist gut für die Wirbelbeule. So ein Messer im Hals. Oder hinten irgendwelche. Irgendwie komme ich hier nicht klar. So, warte. Oben war noch irgendwo einer. Der ist jetzt weg. Der ist jetzt Geschichte. Weiter vor uns. Ja, mach ich. Dieser Merrick geht mir ein bisschen auf den Sack. Gut. Ja, ich habe das mit Ajax schon mitgekriegt, ne? Brauchst du mir jetzt nicht noch jedes Mal neu erklären, Digga. Ich bin dabei. Ich dachte, das ist ein Feind hier gerade kurz. So, wer will nochmal? Ja. Ah. Liegt doch. So, Freunde. Der Kutscher kennt den Weg. Riley führt an. Es ist ein Hund. Der kann gar keine Karten lesen. Aber ihr macht das schon. Wie? Wie? Schau durchs Scharfschützengewehr. Wie mache ich das denn? N. Ach, da steht er doch. Geil. Wo ist denn die Tür, wo wir... Da ist die Tür, ne? Ja, okay. Alles klar. Also, ich mache sie fertig. Geil. Oh. Nein, daneben. Wieder. Jolo heißt das. Jolo. Wir üben das nochmal. Ich komme daher nochmal wieder, ja? Ich muss nur kurz hier mit meinen Kumpels, äh... Ich bin, äh... Bis dann. Riley. Riley, nette mich. Okay. Wo denn? Okay. Ich habe sie getroffen, äh... Gefunden. Jetzt habe ich sie auch getroffen. Bam. Geil. So, noch irgendwer irgendwo? Da. Bam. Ins Gesicht, Terp. Okay, Jungs, ihr kennt euch aus, ne? Also, wir vertrauen jetzt Riley gerade. Sieht hammergeil aus, übrigens. Ich sage es jetzt nochmal. Ich bin total abgefahren. Hui. Na, Riley? Riecht das Wasser gut? Wollte ich abtreuhe? Zöge ein Dutzend. Dafür haben wir keine Zeit. Gasmasten auf. Gasmasten... Wollte die jetzt... Trenn Gas unter dem Tor durchwerfen. What? Krass. Oh, wie wir die gerade massakrieren. Nicht cool. Nicht cool. Hey, wieso? Achso, nachladen. Okay. Digga, nicht auf euch schießen. Oh, da sind noch mehr. Okay. Bin fast tot. Ich will doch nicht sterben. Granate. Hat er die jetzt gerade zurückgeworfen? Das finde ich ja geil. So, haben wir es jetzt. Nee, noch nicht. Ich könnte aber... Ah! Ah, ich bin gleich tot. Wo sind die denn alle? Machen wir hier noch Feinde irgendwo? So, warte. Ich überlege mir mal was. Ich laufe mal hier lang. Was ist das hier für ein Sportplatz? Das ist so ein Baseball-Übungsding, ne? Oh, Granate. Oh, oh, oh. Wo sind denn alle? Wo ist denn hier die Action? Ich verpasse immer alles. Ach, hier. Der hier. Zack. Messer in Hals. Messer in Hals. Der, 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 der. Messer in Hals. Reimt sich irgendwas auf Hals? Balz. Weißt du, was geht? Weißt du, was geht? Wo ist unsere holländische Fußballmannschaft? Ich habe keine Taschenlampe dabei. Übrigens. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Keegan, Logan, such deinen anderen Eingang. Wir warten auf ein Zeichen. Äh, okay. Hast du eine Lampe dabei? Achso. Ja, du und ich. Ich und du. Mein linker, linker Platz ist frei. Keegan, das ist nicht lustig. Wow. Messer in Hals. Messer in Hals. Während der Hamsterbalz. Okay. Bleib mal cool, ja. Bleib mal ein bisschen, bleib mal ein bisschen cool. Die Stimmung ist gerade nicht lustig. Wo ist eigentlich Riley? Ich sehe nichts. Oh, es ist dunkel. Okay. Wir haben noch eine Tür. Keine Waren. Wir warten auf dein Zeichen. Logan, geh zu dieser Tür. Wir reichern sie aus. Was? Vier. Wow. Geil. Zugriff. Achso, ich soll schießen. Ich wollte jetzt eigentlich Messer in, aber na gut. Okay, ähm. Ich kann jetzt nicht zielen. Ich muss jetzt einfach so ballern. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab alles im Griff. Sehr gut. Zuweilig. Er hat Aegis gefangen. Wo ist... Wo? Es ist so dunkel da drin. Aegis. Wie geht's? Es ist drüber. Mistkerl. Halte durch, Ajax. Halte durch. Farrack. Es war... Es war Rock. Er zielt er. Er zielt. Timor. Komm, halt durch, Ajax. Er ist Taut. Nein. Riley, Schnauze. Sieh dir das an. Was ist... Eine Tötungsfeste. Rock will die Ghosts. Wer zum Teufel ist Rock? Keine Zeit für Erklärung. Sie kommen, wir müssen weg hier. Kegel, nimm ihn. Wir verschwinden jetzt. Könnte ich mir mal Sachen erklären? Könnte ich... Bitte toll, durch das. Okay. Und ich brauche eine Taschenlappe. Wow. Wie denn? Achso. Okay. Und... Sperr. Daneben. Yeah. Guck mal, wie gut ich bin. Schützen. Okay. Ich bin doch da. Was ist denn los? Warum weint ihr denn immer so? Es läuft doch alles total gut. Oh, jemand? Oh, yeah. Es läuft. Es läuft. Oh, yeah. Wie und ich? Ich wollte da lassen, oder was? Alles klar. Und jetzt lauf nach Hause. Der Heli hebt gleich ab. Riley! Ich beeile mich. Kann ich mit? Kann ich... Nein! Oh, 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 oh. Sicher, mein Weg zum Heli! Auch zum Heli! Leute, nicht mich töten jetzt! Nein, Granate! Oh! Riley, halt mich fest! Okay. Mach' ich! Mach' ich! Yeah! Oh! Ja! Und die Leute noch! Die Leute! Die wollen nämlich, dass was passiert. Ich habe viele Soldaten gesehen, die ihre Gefallenen geborgen haben. Aber nicht auf die Art wie diese Männer. Die Ghosts haben Ajax verehrt. Das genaue Gegenteil von dem, wie er gestorben sein muss. Wenn Rorg ihn getötet hat, hat er sich dabei Zeit gelassen. Und jetzt jagt er die Ghosts. Und wieder griff uns die Föderation an. Und wir rannten direkt ins Chaos. Und irgendwo, mitten in diesem Gefecht, war unser Vater. Wir mussten ihn finden. Da, 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 da. Raleigh! Raleigh! Wie können wir helfen? Das Kommando braucht mehr Männer an der Front! Okay. Wir treffen uns bei der Kommandose. Ich lasse den Hund hier. Der Rest kommt mit mir. Los geht's! Riley! Nein! Riley! Raleigh! Eist ihr noch da? Stell dich, Raleigh! Aber nicht mehr lange. Ihr müsst den Strat verstärken. Wir sind unterwegs. Das ist was Neues von Captain Hawkers Kommandopost. Negativ. Verscheidigungsteams haben die Position gehalten. Aber der Funkkontakt ist abgerissen. Ihr habt es sicher geschafft. Los gehen wir. Weg und weg. Oh. Ich bin da. Als Gewehr und Feuer frei. Ich dirigiere die Luftunterstützung. Kommt los. Hohle. Luftunterstützung. Ab 10 Rosenkern zurück zur Basis. Es wird dauernd, bis ihr euch erreicht. Oh. Wo sich tut. Ich treffe dich. Okay, ich treffe doch. Oh man. Da haben wir nochmal so eine Mission, wo man wieder irgendwo steht. An der Waffe und irgendwo hin zielt. Ich feuer doch. Und ich bin eigentlich sogar relativ erfolgreich dabei. Warte mal. Juhu. Oh, da fliegt irgendwas Rotes. Das hat uns gesehen. Feindliche Artillerie kommt. Feindliche Artillerie? What? Oh shit. Wow. Hallo? Warte mal. Alles klar, ich bin bereit. Ach, gleich noch Drohnen dabei. Okay, was soll ich tun? Soll ich... Ach so. Okay, ich hab... Ich hab's ein bisschen verkackt. Darf ich nochmal? Okay. Ich wusste ja nicht, dass man... Ich dachte, das ist einfach eine Bombe, die irgendwo hinfallen muss. Schick sie los. Ja, ich bin bereit. Los geht's. Ich muss sie endrücken. Okay. Latsch. Alter. Okay, ich geh in Deckung. Warte mal kurz. Und Leute, wenn's euch gefallen hat, bitte gerne einen Daumen hoch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss. Das war der Fischkopf.